Auf das Orange, oder muss das da so reingefriemelt werden? Oh Gott, ich habe Angst, ich habe es kaputt. Nein, du machst nichts kaputt. Es hält einiges aus. Ich habe es kaputt. Ah ne, bei dem Standard, genau, es darf nicht Standard sein, aber da kann man die zweite Idee kommen, ne. Ist es? Ja, alles. Bei dem Kamera kennen wir nicht tatsächlich noch andere Dinge. Ja, das ist so ein... Au, scheiße. Kannst du einfach kurz halt hier mal gucken? Das ist scheiße. Ist hier das so dunkel? Ja, denn ISO geht auch noch bis 1600. Das ist so. Leg dir mal das Gesicht auf eure Gesichter, geht das? Ah, geil! Topfit! Kann auch ein bisschen unten drunter sein, also kann ein bisschen mehr nach Minus sein. Ja, das geht nicht. Mach das nicht. Ich suche mal einen kleinen Schluck zurück. Yes! Das geht auch nicht wieder. Okay. Warum finden da bitte schön Fußspuren von Tieren? Wo? Marder. Ach du Sau. Katze? Katze? Ach, ich hab mir das noch gesehen, oder? Ja. Irgendwie ist der Strich manchmal weg. Dann musst du noch mal leicht drauf. Ja. Ja. Also man kann auch zu euch blicken. Das ist cool. Kannst du sie auch mal sehen? Genau. Und jetzt müssen wir quasi im Dunkeln bitte... Aber das wird zu gefährlich, ne? Ach so. Ach, das geht auch. Das ist okay. Also ein grobes Oberlicht geht. Ah. Aber jetzt sind wir da abends noch gespinnen. Ja, bitte. Guck mal. Ich sehe nichts mehr. Wie geht das mit Licht? Wenn die. Ja. Hör mal. Hör mal. Das ist doch. Ja. Ich mach mal. Okay. Hehehe. Lüge. Okay. So, wir werden jetzt etwas singen. Luisa wird etwas singen. Und was? Machst du das auch an? Ja, es läuft. Sag mal irgendwie. Der Sound ist gut? Ja, ich denke schon. Ja, weil du kannst ja noch verstellen, dass wir die Frage haben. Nee, das ist eigentlich alles okay. Was soll ich singen? Keine Ahnung. Was singst du gerne? Welches Lied? Wollt ihr gerne ein, was sie gehört hat? Wollt ihr gerne singt? Weiß ich nicht. Das beliebt, was sie gesungen hat. Bei Supertalent. Ah ja. Dann fang einfach an. No matter how hard I try. You keep pushing me aside. And I can't break through. There's no talking to you. You're so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done. You're gonna be the lonely one, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, but I really don't think I'm strong enough now. I can feel something inside me say, but I really don't think I'm strong enough now. I should. Vielen Dank.